Viele Vermieter suchen instinktiv nach einem Bilderbuchmieter. Er soll gutes Geld verdienen, eine tolle Bonität haben, keine Haustiere und natürlich auch keine Schulden. Doch gerade diese Mieter sind oft nur wenige Monate in einer Wohnung, ziehen dann schnell wieder aus, weil sie einen tollen Job bekommen haben oder vielleicht sogar von der Bank einen Kredit erhalten für ihr Eigenheim. Gibt man jedoch einen Mieter, der einen kleinen Schönheitsfehler in seinem Lebenslauf hat, wie zum Beispiel ein geringeres Einkommen, viele Kinder oder vielleicht sogar ein kleiner Schufa-Eintrag, eine Chance und baut ein solides Mietverhältnis auf, dann sind genau diese Menschen gerade die, die oft sehr dankbar für ein langfristiges und vor allen Dingen auch unproblematisches Mietverhältnis sind. Kann ich loslegen? Okay. Ich lege jetzt los und gebe mein Bestes, das für euch in den letzten Jahren gereifte Wissen informativ und spannend aufzubereiten. Klickt jetzt auf den Link über oder unter diesem Video und holt euch mehr Informationen. Ich bin sicher, ihr werdet davon profitieren und viele spannende Informationen erhalten. Jeder hat es verdient, eine vernünftige und schöne Wohnung zu finden. Macht das Beste draus! Werde Beste draus! Werde Beste draus! Ich bin sicher. Und ich bin sicher, ihr werdet davon ab, Vielen Dank.